Ja, Geschwister, seid ihr gespannt über das Thema heute Morgen? Mein Thema heute Morgen ist geistliche Kämpfe, geistliche Kämpfe. Kann da jemand mitempfinden, dass das Thema vielleicht dran ist? Kann ich mal Handmeldungen sehen? Das ermutigt mich dann auch als Prediger. Ja doch, jede Menge Handmeldungen. Das Leben ist nämlich ein Kampf. Und die Welt, das merken wir ja jetzt auch gerade direkt vor der Haustür, die Welt ist eine Welt voller Kriege. Und diese Kriege finden nicht nur auf dem militärischen Schlachtfeld statt, wie jetzt einfach das jetzt auch vor unserer Nase mit äußerster Brutalität einfach auch geführt wird, dieser Krieg zwischen Russland und Ukraine. Sondern der uns auch alle sehr betroffen macht. Sondern es gibt auch ganz andere Kriege, die fortwährend laufen. Wirtschaftskriege, Informationskriege, gesellschaftliche Kriege, Glaubenskriege. Hätte man doch nie mehr gedacht, dass es Glaubenskriege gibt. Und dann haben wir erschrecken müssen, wie ISIS da entstanden ist und wie die in brutalster Weise mit Medieneinfluss dann Menschen abgeschlachtet haben vor den Augen der ganzen Welt. Geschlechterkriege, Generationskonflikte. Und dann auch auf der persönlichen Ebene gibt es jede Menge Krieg. Jehekriege. Jerez und ich, wir sind jetzt dann im Juli 40 Jahre verheiratet. Also wir haben den 30-jährigen Krieg schon längst hinter uns. Und dann heißt ja das Wort, 5. Mose, Kapitel 8. 40 Jahre lang habe ich dich durch die Wüste geführt und geprüft, was in deinem Herzen sei. Und dann kommt das verheißene Land. Und von daher, die 40 Jahre, ganz ehrlich, waren keine Wüstenjahre, sondern wir haben sehr, sehr schöne Jahre auch verbracht. Und das können, denke ich, auch unsere Söhne bestätigen. Und mittlerweile auch Schwiegertöchter. Aber ich denke, das kann nur noch besser werden. Ja, danach. Und wir freuen uns auf das, was noch kommen wird. Aber wie gesagt, es gibt es in anderer Hinsicht verstärkt, vermehrt, auch im Leib Christi. Das ist eingebrochen in den Leib Christi. Und wir haben mit vielen Ehekriegen zu kämpfen, auch als Pastoren und Leiter und Älteste. Familienkriege. Ja, auch da, wo oftmals sind es Erbstreitigkeiten oder andere Sachen, wo sich auf einmal etwas hochflammt und der eine Bruder den anderen nicht mehr anschaut und vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte kein Kontakt mehr da ist. Nachbarschaftskriege, immer wieder liest man auch das und Konflikte natürlich auch zwischen Leiter, auch zwischen wiedergeborenen Christen. Und manchmal ist man da wirklich am Staunen. Am Staunen. Wie alles anscheinend vergessen worden zu sein, was man gelernt hat. In solchen Konflikten. Wie auf einmal da Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, die eigentlich erschütternd sind. Wo man denkt, Mensch, der ist doch ein alter Christ oder die ist doch ein alter Christ und die muss doch wissen, um was es geht hier. Und da wird oftmals alles über Bord geworfen und man hackt aufeinander ein. Manchmal schlimmer wie in der Welt. Ja, und was hat das mit dem Thema heute zu tun? Geistliche Kämpfe? Natürlich sehr viel, weil es gibt nämlich da eine geistliche Dimension. Und darüber belehrt uns die Bibel. Und die vergessen wir auch oftmals. Und jetzt klassische Beispiel, lasst uns mal mit dem klassischen Beispiel anfangen. Das steht in 2. Mose Kapitel 17, Vers 1 bis 16. Und lasst uns das mal lesen. 2. Mose 17, Vers 1 bis 16. Und die ganze Gemeinde der Israeliten, also die Israeliten waren befreit aus Ägypten und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste hin weiter ihre Tagesreisen, wie in der Herr befahl, und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, das wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Was versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns und unsere Kinder unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm, geh vor dem Volk her, nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meribah, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder ist der Herr bei uns oder nicht? Natürlich haben sie angenommen, dass er nicht bei ihnen ist. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Joshua, erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen, mit dem Stab Gottes in meine Hand. Und Joshua tat, wie Mose ihm gesagt hatte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand empor hielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Mose aber und Hur stürzten ihm die Hände. Auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Joshua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwert der Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Joshua ein. Denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Und Mose baute ein Altar und nannte ihn der Herr, mein Feldzeichen. Der Herr sprach und er sprach die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Also eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und sie zeigt eigentlich die geistliche Dimension. Ja, da ist unten das Heer, das kämpft. Aber oben steht Mose als Vorschatten von Jesus. Jesus ist ja unser hoher Priester. Und Mose war damals der Fürbitter schlechthin, auch für sein Volk, für Israel. Und das hat er getan. Er ist dann auf diesen Berg gegangen. Und ihr seht hier diesen Zusammenhang Geistliches und Natürliches. Und die Frage ist doch, die Frage ist doch, warum konnten die Amalekiter die Israeliten überhaupt angreifen? Warum war das möglich? Ja, weil da, und deswegen ist wichtig diese Vorgeschichte, weil da Sünde geschehen ist. Und zwar schwere Sünde. Das Volk hat sich aufgelehnt gegen, sie meinten nur gegen Mose und gegen ihn zu motzen, aber letztendlich war es gegen Gott. Und sie haben gegen Gott rebelliert. Und das ist etwas, was ja nicht nur Gott missfallen hat, sondern was dem Feind Handhabe gegeben hat. Weil er ist nämlich der Verkläger der Brüder. Wisst ihr das schon? Er ist der Verkläger der Brüder. Und er sagt, einmal hatte die Israeliten natürlich angestachelt zu dieser Rebellion, angestachelt zu murren und zu hadern. Und anscheinend ging das sehr, sehr weit, weil er hat gesagt, die versuchen mich sogar zu töten, wenn es so weitergeht. Und dann geht er hin und dann geht er zu Gott und sagt, schau mal, die rebellieren gegen dich. Da musst du doch eingreifen. Das geht doch nicht. Dich, den heiligen Gott, den allmächtigen Gott, hier so anzugehen und den Mose so anzugehen, das geht doch nicht. Komm, lass mich da eingreifen und lass mich die ordentlich bestrafen. Ja, so macht es der Feind. Und so macht es mit jedem, auf persönlicher Ebene, aber eben auch für ganze, in Bezug auf ganze Völker. Und das Ganze hatte eine Vorgeschichte. Da ist dem Feind, dem Teufel, Raum gegeben worden in Israel und dann kam Amalek. Und Amalek war ein ganz, ganz übles Volk. Eigentlich ein sehr, sehr starkes Volk. Ein hochgewachsenes Volk heißt es ausgezeichnete Kämpfer, aber die haben sich spezialisiert. Vor allen Dingen, wenn andere Völker in absoluter Schwäche waren, dann haben sie angegriffen. Und sie verkörpern eigentlich das, was Satan verkörpert. Der Feind greift dich nicht an, wenn du geistlich total fit bist, wenn du morgen schon aufgewacht bist mit deinem Lobpreislied im Herzen und wenn du dann irgendwo das Fenster aufmachst und den Herrn lobst und preist und dann eigentlich schon die erste Gebetszeit hast und noch deine stille Zeit und dann aufgebetet in die Arbeit gehst und da frisch, fromm, fröhlich bist. Ja, sondern er greift dich dann an, wenn du aufwachst und Schmerzen hast oder was auch immer. Oder guten Morgen, liebe Sorgen. Ja, egal was. Dann greift er dich an. Wie Amalek. Und dann muss ein Kampf gekämpft werden. Und es hängt nicht an uns. Wir können uns nicht irgendwo zurückziehen in irgendeinen Glaskasten, in so einen Frommen und sagen so, ja, manche haben das ja auch versucht, irgendwo sind wir in die Wüste gegangen, diese Wüstenväter und sowas, ja, oder in die Einsamkeit, aber auch da wirst du angegriffen geistlich. Du kannst dem nicht entfliehen. Das Leben ist ein Kampf. Der Feind ist hinter dir her und der Feind wird dich angreifen, ob du willst oder nicht. Und in Israel ist es so passiert und wie gesagt, die Welt hat er im Sack. Das Ziel sind wir, sind wir Christen. Das Ziel ist das Volk Israel. Das dürfen wir nicht vergessen. Das greift er an. Und das wird passieren, ob du das willst oder nicht. Ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Das Leben ist so schwer. Nimm mich weg von dieser Welt. Nützt alles nichts. Du musst dich diesem Kampf stellen. Genauso wie Israel sich diesem Kampf gestellt hat. Und dann haben sie das ja in einer bestimmten Art und Weise gemacht. Der Mose ist auf den Berg gegangen und hat den Stab Gottes mitgenommen. Das war das Symbol, das war das der Autorität Gottes. Aber was sehr Interessantes, das habe ich mir überlegt, es war nicht eine losgelöste Autorität von Gott. Wo Gott gesagt hat, hier ist ein Stab und damit kannst du machen, was du willst. Weil dann hätte Mose ganz anders agieren können. Er hätte sich nicht so anstrengen müssen und nicht mehr die Hände mit dem Stab da nach oben halten müssen. Weil dann hätte er eigentlich den Stab nach unten gesenkt zu den Armen der Kittern und dann kommt Feuer aus dem Stab raus. So wie bei so Actionfilmen und sowas. Und alle wären kaputt gemacht. Aber so geht es nicht. So geht es nicht. Es ist immer in Verbindung mit der Beziehung mit Gott. Diese Autorität, diese geistliche Autorität. Und nicht eine Formel nur im Namen Jesu, dass du das als Formel benutzt und sonst hast du mit Jesus nicht viel am Hut. Das reicht nicht aus. Sondern es ist eine Beziehungsautorität. Und deswegen ist es so wichtig, dass einfach diese Gebetszeiten, die der Manuel angesagt hat, wo wir in Beziehung mitkommen, weil beten ist reden mit Gott, ist Beziehung pflegen mit Gott und sich von ihm auch etwas schenken lassen. Und er hat die Arme erhoben und hat als Fürbitter auch agiert. Und die anderen haben ihn unterstützt. Aber wisst ihr was? Noch was ganz Wichtiges in diesem geistlichen Kampf. Es hat nicht ausgereicht, dass Mose auf den Berg geht und die Hände hebt. Sondern unten musste gekämpft werden. Es musste eine andere Abteilung da sein, die kämpft, die sich dem Ganzen auch natürlich stellt. Und das war Joshua und seine Leute. Die haben kämpfen müssen. Das heißt, auch in diesen geistlichen Kämpfen müssen wir sehen, da ist eine geistliche Dimension, die wir oftmals zu oft vergessen und uns dann wahnsinnig drüber aufregen über das ganze Weltgeschehen, über alles Mögliche. Aber das, was wir vergessen, ist diese geistliche Dimension, dass da ein Feind ist, der versucht, alles zu zerstören. In diesem Großrand-Ukraine-Krieg, wo jetzt so viel Hass entstanden ist und der Hass wird weitergehen, wenn da nicht Gott eingreift, der Gott der Liebe. Versucht der Feind, alles zu zerstören. Er versucht, die Russen und die Ukrainer zu zerstören. Er versucht, alle zu zerstören und versucht, möglichst viele Kollateralschäden auch noch zu verursachen. Und trotzdem muss gekämpft werden und trotzdem muss gesiegt werden. Und trotzdem müssen wir natürlich achten, wo steht Gott? Was sagt Gott? Aber, wie gesagt, beten allein reicht nicht und viele Christen ziehen sich zurück und beten immer nur. Aber sie konfrontieren sich nicht. Sie verweigern die Konfrontation mit der Welt. Sie verweigern die Konfrontation mit ihrem ungehorsamen Sohn. Mit dem Sohn, der vielleicht irgendwo alles Mögliche ertreibt, in die Welt reingeht, rumhurt oder was auch immer oder Drogen nimmt oder was auch immer. Oder die Tochter. Du musst dich auseinandersetzen. Du musst dich auch natürlich in den Kampfgebiet geben, aber nicht ohne geistliche Rückendeckung. weil wenn du ohne diese geistliche Rückendeckung in die Auseinandersetzung gehst, werden wieder alle verlieren. Weil du wirst in deine Emotionen kommen, dein Sohn, deine Tochter weiß ganz genau, wo sie dich hochkriegt und so und umgekehrt genauso. Ja, und dann ist wieder ein riesen Schrei und ein riesen Gedöns und nichts kommt dabei raus, sondern du musst aus der Gegenwart Gottes in die Situation gehen, dir vom Heiligen Geist die Situation schenken lassen, aber dann auch agieren. Es ist eine geistliche Dimension und deswegen lasst uns nochmal eine andere Bibelstelle anschauen. Epheser 6, sehr bekannt. Ich glaube, letztens ist die auch schon mal gebracht worden. Epheser 6, Vers 10 bis 20. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Wie gesagt, unsere Autorität ist Beziehungsautorität. Unsere Stärke ist die Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch mit seiner Macht eine Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Waffenrüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und das müssen wir sehen, diese geistliche Dimension. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so, nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel, die Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Prandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiden. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Betet auch für mich, damit Gott mir zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und offen verkünden kann. Auch hier im Gefängnis, da war er gerade im Gefängnis, wie er das geschrieben hat, will ich das tun. Betet darum, dass ich auch in Zukunft diese Aufgabe mutig erfülle, so wie Gott sie mir aufgetragen hat. Wie gesagt, da ist eine geistliche Demotion, da sind Mächte dahinter, da sind Mächte, die regen uns auf über alles Mögliche, über diese ganze Gender-Geschichte, die so verrückt ist. Auch diese ganze Sprache. Dass unsere Sprache komplett, die Sprache der Dichter und Denker komplett zerstört wird. Wir schauen dazu, manche schauen zu, manche praktizieren das. Und es ist eine Zerstörung von Kultur, es ist eine Zerstörung von etwas Kostbares, was Gott uns auch geschenkt hat. Eine Gabe, die Gott uns geschenkt hat, soll hier zerstört werden. Also lauter solche verrückten Sachen. Und da will ich euch mal was weitergeben, was ich jetzt letztens gehört habe. Es gab ja eine ganz, ganz im Osten gab es ja, im Kommunismus gab es Verfolgung von Christen. Wer ist, sind welche da, die noch diese Verfolgung erlebt haben im Osten? Gibt es noch welche, die, na, einige sind da, die diese Verfolgung erlebt haben. Und ganz besonders schlimm war es in Rumänien. Ja, ich glaube, es sind auch hier einige, die aus Rumänien stammen, die wissen das, die noch diese Zeit von Ceaușescu erlebt haben. Ganz, ganz, ganz schlimm, auch ganz, ganz schlimm gegen Christen. Und da waren verfolgte Christen, die haben gebetet und haben dann eine Vision bekommen. Und sie haben den Ceaușescu gesehen und er war umgeben von tanzenden Dämonen. Und dann ging einer dieser Dämonen, nahm einen Zettel und schrieb was drauf und er ging zu dem Ceaușescu hin. Und der Ceaușescu ging dann ins Parlament und hat es zum Gesetz gemacht. Und ich glaube, genau so, ich glaube, das war ein tiefer Einblick, dass auch gemäß das FSR 6, das bestätigt durch FSR 6, das ist nicht nur irgendeine Vision, das bestätigt durch FSR 6, das war ein tiefer Einblick von dem, was geistlich da geschieht. Und ich glaube, genau das passiert heute. Genau das passiert heute. Und es ist da, es ist wichtig, einfach auch da zu erkennen, sind unsere Regierenden, sind sie vom Heiligen Geist geleitet oder sind sie von anderen Geistern geleitet? Und ich denke, in der Mehrzahl von anderen Geistern, wo dann genau so etwas passiert, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wie einfach, wie auch diese Abschaffung des Verbrenners, einfach über unseren Kopf hinweg, wo eigentlich Völker entscheiden müssten, der Normalbürger entscheiden müsste, das Recht hat, mitzuentscheiden, wo irgendein Parlament in der EU, einfach über unsere Köpfe, wir kennen nahezu niemand aus diesem Parlament, einfach entscheiden. Ab dann und dann ist Schluss. Und da wird uns wieder ein Stück Freiheit genommen. Solche Sachen. Überlegt mal, da ist eine geistliche Dimension dahinter und die müssen wir auch aussprechen. Und wir müssen auch den Mut haben, weil das ist auch diese Informationskriege. Ja, du wirst, es wird versucht, dass wir mundtot gemacht werden, dass wir nicht mehr sagen dürfen, was Sache ist, was Wahrheit ist. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir Christen dürfen uns den Mund nicht verbieten lassen. Und gerade wir in Deutschland, Christen in Deutschland, sind da so ängstlich. Und da gilt es auch aufzustehen. Und einig wäre es dran, auch aufzustehen wie ein Mann. Und es ist einfach auch, aber auch erschreckend zu sehen, wie viele sich schon einlullen haben lassen, auch Christen von dem Ganzen. Weil da ist eine Dimension. Denkt daran an die Geschichte. Denkt daran, es waren Christen, es gab wiedergeborenen Christen in der Nazizeit, die den Hitler als den Messias gefeiert haben. So verirrt waren diese Christen. Bis dann diese ganze Blase geplatzt ist. Und dann war das erschreckend groß. Und diese Verführung, vor fast jetzt mittlerweile fast 100 Jahren oder 90 Jahren, diese Verführung, die ist heute schlimmer als vor fast 100 Jahren. Und die wird noch weiterhin zunehmen. Lass uns mal auf die persönliche Ebene gehen. In unserer Auseinandersetzung mit anderen, da ärgere ich mich, dann werde ich, dann habe ich nicht realisiert, dass ich in einem geistlichen Kampf stehe. Ja, und dann führe ich Diskussionen. Und dann ist Ärger da, Beleidigungen und alles Mögliche, was da alles entstehen kann. Und dabei geht es überhaupt nicht um die agierenden Personen. Wir müssen sehen, dass da eine geistliche Dimension ist, auch in unseren persönlichen Konflikten. Zweiter Kunde 5 Vers 17, ein sehr, sehr bekanntes Wort. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und da denken viele, na wunderbar, in Christus bin ich eine neue Natur und sowas, ich bin's. Ja, und manche, es gab ja so eine Bewegung, die dann schon das so, so verinnerlicht haben. Ich bin der Christus. Ich bin die Christusine. Und die haben dann gedacht, sie können alles machen. Und so, und das steht hier überhaupt nicht geschrieben. Sondern er sagt ganz klar, der Paulus schreibt ganz klar, wenn du in Christus bist, bist du die neue Kreatur. Und das ist eine lebendige Geschichte, dieses in Christus sein. Ja, Christus hat Wohnung gemacht in dir. Das ist permanent. Er bleibt auch, wenn du, er bleibt, er geht nicht sofort wieder weg, er bleibt, ja, auch wenn er manches wirklich, Christus durch den Heiligen Geist, aushalten muss mit uns. Er bleibt da. Aber das in Christus ist eine andere Geschichte. Da kannst du rausgehen und kannst drinbleiben. Jeder von uns und das Geschäft des Feindes ist natürlich, uns zu provozieren und uns aus Christus herauszubringen. Das ist sein Ziel. Und es ist so, wie ich verbildige jedes Mal, wie ich meine Hand rüber halte, so ist es, bist du in Christus. Aber wenn du dann provoziert bist, dann bist du in Gefahr, rauszugehen aus Christus. Und dann hast du nicht mehr diese Deckung von Christus, von dem Christus, diese Deckung der Salbung. Und dann kann alles Mögliche passieren. Dann hat er Feindzugriff. Und dann wirst du sehen, ich habe es mehrfach erlebt, was im Visier geht, vielleicht bist du viel, viel frommer als ich. und vielleicht denkst du, ja, der Eckart ist der Profichrist, der ist der Pastor, dem kann überhaupt nicht sowas passieren. Aber auch mich, mich handeln manchmal meine Söhne und manchmal, aber das ist 100 Jahre her, meine Frau zur Weißglut gebracht. Und da bin selbst ich, da bin selbst ich auch ausgeflippt. Und dann bin ich natürlich aus Christus rausgegangen. Und dann gab es auch, ja, weil ich ein extrovertierter Mensch bin, extrovertierte Menschen, die haben dann, aber die flippen dann so richtig aus und andere implodieren. Ja, aber, und ich musste mich dann auch entschuldigen, auch bei den Söhnen. Und so. Obwohl ich nicht, sicherlich nicht hundertprozentig schuld war. Aber ich musste einfach da, das wieder in Ordnung bringen. Zurückkehren. Weil meine Söhne waren immer schuld. Nein, in einer Ehe und in einer Familie ist keiner allein schuld. Und deswegen durch Vergebung, durch Buße und Vergebung und all das, ja, und deswegen müssen wir immer predigen, immer wieder auch uns einander zusprechen. Buße und Vergebung. Ja, schon wieder Buße und Buße, Buße und Vergebung. Ja, wir müssen da umkehren, wir müssen wieder zurückkehren unter die Deckung Christi und wieder in Christus sein, weil da bist du die neue Kreatur. Und wenn du aus Christus rauskommst, wenn du da mal so richtig ausflippst, dann merkst du, du bist der alte Eckhardt, du bist der alte Stefan, du bist die alte Kunigunde, du bist die alte Olga. und diese alte Natur ist zerstörerisch. Diese alte Natur kann sehr, sehr viel kaputt machen, innerhalb kürzester Zeit. Ich habe oftmals, ich habe ja mal ein Treffen, ein Männertreffen, mache ich sehr, sehr gerne, in so einer russlanddeutschen Gemeinde, ja auch geleitet und da gesprochen. Da habe ich gesagt, Männer, ihr seid so fleißig, ihr seid so treu, aber manchmal flippt ihr aus und dann haut ihr auf den Tisch und nicht nur auf den Tisch, sondern alles mögliche haut ihr da in diesem Zorn kaputt und ihr macht in wenigen Sekunden all das kaputt, was ihr über Monate und Jahre aufgebaut habt. Denkt mal drüber nach und das ist der Feind, der das macht. Da ist eine geistliche Dimension, die Zerstörung will. Und auch unter uns Christen, wenn dann so ein richtiger Bruderstreit oder Schwesterstreit dann passiert, sind wir doch mal ehrlich, da wird so viel rumgemacht, aber oftmals ist das Herz eine Mördergrube und dann ist Hass zwischen Geschwistern, wo Geschwister einander und dann nehmen sie auch noch die Bibel, wo Geschwister dann einander alles mögliche Unglück an den Hals wünschen. Und wisst ihr was, das ist schlimmer, wie wenn irgend so eine Hexe von außerhalb was macht, weil da ist Schutz da, aber zwischen Geschwistern sollte eigentlich Einheit sein und da ist weniger Schutz, auch deshalb, weil wir eins sind, weil wir das im Abendmahl so schön feiern. Aber es ist eben nicht nur eine Feier, sondern es ist ein Lebensstil, Geschwister. Und deswegen gilt es, solche Sachen zu erkennen und solche Sachen abzustellen. Und wir haben selber es erlebt, es ging dann zum Teil so weit, also ich war schockiert, in einer schwersten Zeit, die wir durch erlebt haben, einfach wo Geschwister, die die Gemeinde mit aufgebaut haben, uns dann so gehasst haben, dass sie uns komplett vernichten wollten, als Familie komplett vernichten wollten, am liebsten wahrscheinlich im Grab gesehen wollten. Das hat mich schockiert, wie man so weit gehen kann, aber so weit kann es gehen und das dürfen wir nicht zulassen. Und wisst ihr was? Hass und Zorn kann verfliegen. Aber Bitterkeit ist die Sache mit dem Langzeiteffekt. Ja, die hat diesen Langzeiteffekt. Ja, die Welt sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Und manchmal hat sie recht. Da gibt es dieses Beispiel von Esau und Jakob. Der Jakob hat ja den Esau betrogen und dann ging viele, viele Jahre einher, war ja dann beim Onkel Labern und dann kam er zurück und dann hat er furchtbar Angst gehabt wegen diesem Betrug von damals. Und dann kam der Esau mit 400 Leuten und der hat sich mittlerweile beruhigt über die Jahre hinweg. Da hat die Zeit Wunden geheilt. Aber ich sage dir eins, die Wahrheit ist, die Zeit heilt eben nicht alle Wunden. Nur Jesus heilt alle Wunden. Nur Jesus heilt alle Wunden. Und deswegen ist für uns wichtig, wachsam zu sein. Unsere Emotionen im Griff zu haben. Wer sich nicht selbst beherrscht, wie willst du über anderes herrschen? Wie willst du deine Familie koordinieren, wenn du dich nicht selbst beherrschen kannst? Und auch mal eine kleine Anfrage heute Morgen. Siehst du immer nur deine Seite? Siehst du immer nur die Schuld der anderen? Oder schaust du auch mal mit den Augen oder lässt dir mal das zu, dass dir Gott seinen Blick über dich preisgibt und du dich anschauen kannst? Und du dich wie einem Spiegel anschaust? Ich möchte ein Beispiel bringen. Das Beispiel von dem Ahitoffel. Der Ahitoffel war der weiseste Mann Israels. Und wir lesen das in 2. Samuel 11. Also da gibt es eine Aufzählung der 30 Helden. In dieser Aufzählung erkennen wir, dass Ahitoffel, dass Barzeba die Tochter Eliams war. Und in 2. Samuel 23, 34, also für die, die mitschreiben, sehen wir, dass der Eliam, einer der 30 Helden, Ahitoffels Sohn war. Und wenn du dann noch weiter gehst, ein Fest weiter, oder nee, ich glaube 39 ist es, da steht dann als Letzter der Liste Uriah der Hethiter. Das heißt, das waren zwei Kumpels. Vielleicht war, deswegen ist er vielleicht der letzte der Liste, weil er vielleicht der jüngste war von diesen 30 Helden. Weil der Eliam wurde dann der Schwiegervater von dem Uriah. Und er hat dann die Barzeba geheiratet und Ahitoffel war der Großvater. Das entnehmen wir aus dieser Schrift. Und dann geschieht ja diese bekannte Geschichte, dass David Ehebruch betrieben hat mit der Barzeba und eingebrochen ist in diese Familie. Und dann ist ein Kind entstanden und er wollte das verdecken. Und er wollte dem Uriah das Kind unterschieben, hat ihn extra zurückgeholt. Alles hat nicht funktioniert. Uriah war einfach zu treu. Und er wollte nicht irgendwo da Pause machen, während die anderen kämpfen. Ein vorbildlicher Soldat, wenn man an die heutige Zeit denkt, ein vorbildlicher Soldat, der gesagt hat, ich bleibe hier nicht zu Hause, sondern ich bin bei meinen Kameraden. Und sowas. Und dann ging der Plan Davids nicht auf. Und dann hat er es arrangiert, dass er an eine Stelle geschickt worden ist, wo er mit Sicherheit sterben wird. Und das ist auch dann passiert. Und er hat letztendlich mittelbar den Uriah erwarten lassen. Und all das, muss man sich mal vorstellen, Ayitoffel war der engste Berater, dem David auch sein Herz ausgeschüttet hat. All das hat er hautnah mit erlebt. Und dann ist in ihm, er war eigentlich ein gerechter Mann, er war ein Mann, durch den der Geist Gottes sprechen konnte, von dem kein Wort auf den Boden fiel. Der die weisesten Sachen weitergegeben hat, einfach direkt vom Thron Gottes. Und auf einmal hat dieser Mann sich innerlich verändert. Und Hass stieg ihn ihm hoch. Und er hat gewartet. Und er hat so getan, wie wenn er weiter der Alte wäre. Und er war es nicht mehr. Er hat nur gewartet auf eine Chance, dem David das Heim zu zahlen. Weil der in seine Familie eingebrochen ist und seine Familie zerstört hat. Und dann kam die Zeit, wo die Möglichkeit gegeben war, sich zu rächen. Der Absalom wollte jetzt endlich König werden und wollte den David beiseite schieben. Der wollte den David nicht gleich ermorden, sondern wollte ihn einfach absolvieren. Aber da war der Achitoffel, der den David bis aufs Blut gehasst hat. Und der wollte den David umbringen. Und dann hat er erst mal einen Rat gegeben, den lesen wir in 2. Samuel 16, Vers 21, 22. Und Eil Toffel sprach zu Absalom, geh ein zu den Nebenfrauen deines Vaters, die er zurückgelassen hat. Also der musste schon fliehen vor der Armee des Absalom, die der aufgebaut hat in der Zwischenzeit, die er zurückgelassen hat, um das Haus zu bewahren. So wird ganz Israel hören, dass du dich bei deinem Vater stinken gemacht hast. Und dann werden alle, die zu dir stehen, desto kühner werden. Da machten sie Absalom ein Zelt auf dem Dach und Absalom ging zu den Nebenfreunden seines Vaters vor den Augen ganz Israels ein. Und was denkt ihr? Was denkt ihr? Kam das vom Geist Gottes? Kam das vom Geist? Es kam von einem anderen Geist. Es kam direkt aus der Hölle. Diese Gedanken. Und die hat er dann weitergegeben. Und dann, das Schlimme ist, der Absalom hat es gemacht. Und was war das Ziel? Es war ein unglaublicher Affront. Es war eine unfassbare Demütigung des Vaters, David. Und dann das Ziel war, das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ein für allemal komplett zu zerstören. Nochmal. Wer denkt sich sowas Abscheuliches aus? Da ist doch eine geistliche Ebene dahinter. Da ist eine dämonische Macht, die von dem Ahitoffel Macht ergriffen hat. Und weil er dem Teufel Raum gegeben hat. Und wie gesagt, er hat lange gewartet und lange war sein Herz wie eine Mördergrube. Aber dann brach es heraus. Aber er ging dann noch weiter. Er war nicht damit zufrieden, mit dieser Demütigung. So in 2. Samuel 17, Vers 1-4, da steht dann folgendes. Und Ahitoffel sprach zu Absalom, ich will 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen und David nachjagen in dieser Nacht. Ich will ihn überfallen. Das war auch der richtige Rat. Solange er matt und verzagt ist, wenn ich ihn dann erschrecke und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, flieht, will ich den König allein erschlagen und das ganze Kriegsvolk zu dir zurückbringen, wie die, so schön blumig, wie die junge Frau zu ihrem Mann zurückkehrt. Gott, sorry. Du trachtest ja nach nur einem, ja nur einem Mann nach dem Leben. Hat Absalom ihm nach, seinem Vater nach dem Leben getrachtet? Nein! Ahitoffel hat David nach dem Leben getrachtet, aber hat es dem Absalom ins Herz gelegt. Du trachtest ja nur einem Mann nach dem Leben, aber das ganze Volk soll in Frieden bleiben. Die Rede gefiel Absalom gut und allen Ältesten in Israel. Und dann kam aber Huschai und hat einen anderen Plan vorgelegt, dass sie sich erstmal stärken sollen und abwarten sollen und das war der falsche Rat. und Ahitoffel hat es sofort erkannt, hat seine Sachen gepackt und hat sich umgebracht. So ist dieser Mann geendet. Ich will den König allein erschlagen mit eigenen Händen. Wie perfide, ja nochmal, du trachtest. Ja, nur einen Mann nach dem Leben hat er Absalom eigentlich niemals im Herzen gehabt. Also, denkt dran, Eithoffel war der glückste Mann, vielleicht der glückste Mann seiner Zeit, der glückste Mann Israels auf jeden Fall. Er befand sich in einem geistlichen Kampf und er hat nicht gecheckt, er hat es nicht gecheckt, dass er in einem geistlichen Kampf war. Wahrscheinlich hat er auch schwer ertragen können, was danach passiert ist, dass Gott dem David vergeben hat. Wenn jemand so verbittert ist, der kann das nicht aushalten. Ja, und dann war das wahrscheinlich für ihn ein weiteres Unrecht, dass sein Urenkel, der da entstanden ist aus dieser Liaison mit David und Bathiba, war, dass der sterben musste und nicht David, der der eigentliche Täter war. Also, ich denke, der hat sich auch gegen Gott aufgelehnt. Nochmal, Eithoffel wollte Rache, er wollte David, den er zu seinem Erzfeind erklärt hat, töten. Hast du Menschen zu deinem Erzfeind erklärt? Das frage ich dich heute Morgen. Wie schaut es da aus? Der andere, der Nächste ist nicht dein Feind. Dein Erzfeind vor allen Dingen nicht. Der Teufel hatte da was ganz anderes im Sinn. Er hat ja Spaß gehabt, den David zu verführen und ihn zu Fall zu bringen. Und da hat er schon ein großes Einfallstor bekommen für die nächste Generation und dann könnt ihr die Zerstörung sehen, die in der nächsten Generation dann stattgefunden hat. Aber das war dem Feind nicht genug. Der Feind hat eine andere Dimension gehabt noch. Sein Hauptziel war, er wollte den gesalbten Israels töten. Und er wollte, dass dann ein mit Blutschuld behafteter Nachfolger dann auf den Thron kommt und der dann selbst unter Fluch steht und das ganze Volk unter Fluch bringt. Das war sein und wo er dann weiteres Zerstörungswerk leisten kann. Noch einige Beispiele. Elia. Woher kamen die Gedenken sterben zu wollen? Die kamen doch nicht vom Heiligen Geist, sie kamen vom Feind. Er wollte diesen Mann Gottes zu Fall bringen. Er wollte ihn töten. Oder Petrus. Angst und Versagen und der Jesus hat ihn noch gewarnt, hat in Lukas 22, 31, 32 gesagt, Simon, Simon, der Satern hat einer begehrt, euch zu sieben wie Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du umkehrst, das hat der Petrus vergessen. Und das vergessen wir auch oftmals. Wenn du umkehrst, stärke deine Brüder. Aber Jesus hat trotz der Schwäche, die er auch in dem Petrus erkannt hat, er hat ihn hier als alte Natur angesprochen, als Simon. er hat ihn gewarnt und hat ihn trotzdem benutzen wollen. Und deswegen ab diesem Zeitpunkt war, das hat der Feind auch mitbekommen, ab diesem Zeitpunkt war Petrus Target Nummer 1 nach Jesus. Kein und Abel, auch da gibt es eine geistliche Dimension. Der hat sich zurückgesetzt gefühlt. und Gott hat ja die Adam und Eva eigenhändig erschaffen, über die Erde zu herrschen. Dann kam der Feind, hat Adam und Eva verführt, hat funktioniert, sie sind rausgeworfen auf dem Paradies. Eine Erfolgskeschichte vom Feind. Weil durch die Sünde, die Adam begangen hat und dass er auf den Feind gehört hat, hat er ihm alles übergeben. Der Feind kam ja zu Jesus in der Versuchungsgeschichte, hat gesagt, mir sind sie alle übergeben, wer hat sie übergeben? Nicht Gott, sondern Adam. Und was er wollte, aber er wollte mehr. Er wollte nicht nur Adam zerstören und Eva, er wollte auch die Kinder zerstören. Kein war, ja auch gottesfürchtig, so wie Abel, aber nach dem Mord war alles in ihm erstorben. Und seine Nachkommen, das könnt ihr nachlesen, wurden Behausungen von Dämonen, dass wirklich Gott dann die Sintflut schicken musste. Ja, und so beschreibt die Bibel einen geistlichen Kampf nach dem anderen. Jakob, Esau, Josefs Söhne, Jakobs Söhne, Josef und so weiter. Und es geht heute aber auch um dich. Worauf müssen wir persönlich achten. Epheser 4, erstens, Epheser 4, 27, gib dem Teufel keinen Raum. Gib dem Teufel keinen Raum. Und wie, wenn du dem Teufel Raum gegeben hast, kehr um. Gott hat den Kain gewarnt, er hat gesagt, 1. Mose 4, 7, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie, gib dem Teufel keinen Raum. Zweitens, erkenne die geistliche Situation hinter dem Ganzen, die geistliche Dimension. Drittens, sei bereit zu vergeben und da lies mal einen Gemeindeprief, da kannst du noch mehr Info darüber bekommen. Viertens, und werde nicht bitter. Viertens, glaube, dass Gott alles in der Hand hat und erwarte konkrete Wirkung auch und Weisung von ihm. Und als Gemeinschaft fünftens hieß die Iris im Geist, ich wusste nicht, über was ich predige, schon ausgesprochen hat, Heiligung, Leben im Licht Gottes, tu den Bösen aus eurer Mitte und Gebet. Aber Gott, und damit will ich schließen, Gott will noch mehr. Gott will, dass wir in das Lager des Feindes eindringen und Menschen retten. Ja, Gott will, es geht auch nicht nur immer um uns selbst, dass wir uns vor den Angriffen des Feindes schützen und die abwenden müssen und unsere persönlichen Kämpfe für uns gewinnen. Es geht auch um mehr, es geht um das Reich Gottes. Und wie machen wir das? Erstens, indem wir den Starken binden durch Gebet. Zweitens, indem wir das Wort Gottes anwenden. Drittens, indem wir uns unter die Leitung des Heiligen Geistes geben, auch da stark die Worte heute auf Romhorst, Gelegenheiten zu suchen, wo Menschen reif zu Ende sind. Jesus hat am Kreuz von Golgatha gesiegt, ihm ist alle Macht gegeben und auf Erden. Letztendlich hindert nichts uns, Menschen zu retten und zu gewinnen. Und du musst es ja nicht in deiner Kraft tun, sondern der Kraft Jesu werde stark in seiner Stärke, in seiner Kraft. Und du musst da auch kein Billy Graham sein oder ein Reinhard Bonnke oder eine Catherine Kuhlman, sondern du kannst dieser einfache Mensch sein, der das Evangelium in Einfachheit weitergibt. Und dann ist vielleicht da drunter ein Billy Graham, ein künftiger, ein künftiger Reinhard Bonnke oder eine künftige mächtige Frau Gottes. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben. 1. Timotheus 6, Vers 11 Und am Schluss sollst du doch zu denen gehören, von denen geschrieben steht, Offenbarung 12, Vers 11 Und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Also auch die vollkommene Hingabe. Und das ist das, was der Herr möchte für dich und für mich, dass wir da zu dieser Schar der Überwinder gehören. Das ist das, was ich dir von ganzem Herzen wünsche. Halleluja. Und dass wir überwindernde Gemeinde sind. Und dass wir all das, diesen ganzen Schrott der Vergangenheit überwinden und weitergehen. Und dass auch hier Erweckung kommt. In Jesu Namen. Amen. Würde ich jetzt zu Amen sagen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020